Hallo zusammen bei Dieterhorn.de. Heute stelle ich euch eins meiner absoluten Lieblingsmöbelstücke vor, die LC4 von Casina, designt von dem berühmten Designer und Architekten Le Corbusier. Das Verrückte ist, diese Liege wurde bereits 1928 entworfen, also vor über 90 Jahren. Was wenige wissen, an dem Design war auch seine Lebensgefährtin beteiligt, Charlotte Perignon und sein sehr sehr guter Freund Pierre Genaret. Das Wunderbare an der Liege ist neben der wirklich skulpturellen Schönheit die Bequemlichkeit. Sie ist super, super bequem. Das liegt an der weichen Auflage, die ihr übrigens auch verstellen könnt. Also je nachdem, welche Position ihr einnehmen wollt zum Entspannen, die Beine mal hochlegen wollt oder auch zum Fernsehen, ein idealer Platz. Superschön natürlich auch vorm Kamin. Neben der hier gezeigten Version in schwarzem Leder gibt es auch inzwischen diverse andere Lederfarben, dunkelbraun, weiß, rot und eben auch Fell. Das Fell ist lieferbar in uni-schwarz, sieht auch super aus und in gefleckt, also schwarz, weiß, braun. Ganz wichtig für euch ist, das Original kommt ausschließlich von Casina. Wie bei jedem schönen Design wird auch dieser Entwurf kopiert. Gerade im Internet muss man da aufpassen. Aber ihr könnt bei Casina immer sicher sein, wenn hinten im Gestell die Seriennummer eingestanzt ist. Also ihr findet hier einmal das Casina-Logo, den Schriftzug Le Corbusier und auch die Seriennummer. Es gibt also tatsächlich die LC4 Nr. 1. Also wenn euch jemand eine anbietet, gebraucht, unbedingt darauf achten. Das muss im Gestell integriert sein, sonst handelt es sich nicht um ein Original. Wenn euch jemand ein bisschen sagten, dann geht euch eine Lukas-Logo auf. Wir gucken uns jetzt mal an und dann einfach mal an. Los da sind ein – das ist ja noch ein Blöck. Und dann gehen euch an. Und dann geht euch an. Und sind euch gut. Vielen Dank.